Das Recht von Allah gegenüber uns Menschen ist, dass wir ihm einzig und allein dienen. Und dass wir all unsere Gottesdienste ihm einzig und allein gegenüber widmen und dass wir ihm hierin nichts beigesellen. Weder Gesellen wie Allah subhanahu wa ta'ala etwas bei in den Taten des Herzens, noch in den Aussagen unserer Zungen, noch in den Taten unserer Körperglieder. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dient Allah, betet Allah subhanahu wa ta'ala an und gesellt ihm nichts zur Seite. Wenn eine Person jemand anderen als Allah subhanahu wa ta'ala anbeten sollte und Allah subhanahu wa ta'ala hier in seinem Gottesdienst Teilhaber zur Seite stellen sollte, So macht dies all seine Taten nichtig. All seine Taten, sowie auch seinen Islam. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in seinem edlen Buch Und wir haben dir, sowie auch denjenigen, die vor dir waren, offenbart, dass wenn du beigesellst, deine Taten nichtig werden und du zu den Verlierern gehören wirst. Und diese Ansprache war von Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, welcher der beste Mensch auf dieser Welt war. Und auch nach ihm wird niemand kommen, der besser sein wird als er, sallallahu alaihi wa sallam. Und obwohl er der beste Mensch auf dieser Welt war, sagt Allah subhanahu wa ta'ala warnend zu ihm, Wenn du mir etwas beigesellst, wenn du jemand anderen anbetest als mich, wenn du jemand anderen etwas fragen solltest, nach etwas bitten solltest, in Angelegenheiten, zu denen nur ich fähig bin, dann werde ich deine Taten nichtig sein lassen. Und du wirst zu den Verlierern gehören. Wenn das die Androhung von Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist, wie ist es dann erst mit Menschen, die unter dem Wert des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sind? Liebe Geschwister, wenn eine Person diesen Götzendienst verrichten sollte, hier auf der Welt, sie betet neben Allah subhanahu wa ta'ala jemand anderen an, sie schlachtet ein Opfertier für jemand anderen als Allah subhanahu wa ta'ala, sie. Er bittet von anderen etwas und sagt, Ja Hussein, gib mir dieses und jenes. Ja Badawi, schenke mir ein Kind, versorge mich mit einem Kind. Ja Hussein, heile meinen Sohn. Wenn eine Person dies machen sollte und Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Anbetung etwas beigesellt und das nicht zu Lebzeiten bereut, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dieser Person nicht verzeihen und sie wird für alle Ewigkeiten im Höllenfeuer verweilen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Gewiss, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht es nicht, dass man ihm etwas zur Seite stellt. So wird Allah subhanahu wa ta'ala einer Person nicht verzeihen, wenn sie zu Lebzeiten nicht davon bereut hat. Und diese Person wird für alle Ewigkeiten im Höllenfeuer verweilen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Wenn jedoch eine Person diesen Götzendienst auf der Welt praktizieren sollte in seinem Leben, aber vor seinem Tod bereut, vor seinem Tod, bevor diese Person stirbt, bereut diese Person, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala in dem Gottesdienst etwas beigesellt hat, dann verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala der Person auch dieses, wenn ihre Reue aufrichtig ist und sie zum Islam zurückkehrt. Und das ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala gewiss, Allah verzeiht alle Sünden. Und das ist das In-Einklang bringen zwischen diesen beiden Versen. Zum einen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er alles verzeiht und zum anderen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Schirk nicht verzeiht. Wir sagen, hinsichtlich dem Vers, in welchem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er den Schirk nicht verzeiht, so ist dies bezogen auf eine Person, die diesen Schirk praktiziert hat zu Lebzeiten und nicht davon bereut hat, bevor sie gestorben ist. Dann verzeiht die Allah subhanahu wa ta'ala diesen Schirk nicht und sie wird für alle Ewigkeiten im Höllenfeuer sein. Und der andere Vers, in welchem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er die Sünden allesamt verzeiht. Wir sagen, dies betrifft eine Person und ist bezogen auf eine Person, die noch zu Lebzeiten ihre Sünden bereut. Und auch darunter fällt der Schirk. Wenn eine Person also diesen Schirk, den sie praktiziert hat, zu Lebzeiten bereut, dann verzeiht auch Allah subhanahu wa ta'ala ihr diese Sünde. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er verzeiht die Sünden allesamt. Allah subhanahu wa ta'ala ihr diese Sünden.